Hallo hier Leute und willkommen zu einem weiteren Minecraft Mod Review. Heute stelle ich euch mal den Dragon Mounts Mod vor. Oder auch genannt Controlable Dragon Mounts. Also in diesem Mod, mal ganz schnell erklärt, kann man Drachen fliegen und sie kontrollieren. Also die Dracheneier haben endlich einen Nutzen. Und jetzt geht's los. Okay, hier sind wir jetzt auch schon bei meiner Plattform oder bei meinem vorbereiteten Zeug hier. Und ja, also wie der Name schon sagt, es geht um Drachen und ja, wir haben hier Dracheneier, die man bekommt, wenn ihr den Änderdrache besiegt. Also ihr müsst zuerst einen Stronghold suchen und dann am Ende den Drache besiegen und dann bekommt ihr so ein Ei. Das nehmt ihr dann mit in die Oberwelt, indem ihr es entweder mit einer Pisten schiebt oder darunter eine Fackel legt. Und dann hat die den Block unter dem Ei weg. Dann droppt es das Ei auch. Oder man schlägt es einfach mit Rechtsklick, habe ich auch mal gehört, geht. Aber das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wir können es gleich mal testen. Und ja, also wenn ihr das im kreativen Modus macht, dann einfach nur slash gif, euer Name halt. Und dann 1, 2, 2, weil das ist die Idee von dem Drachenei und dann bekommt ihr das. Und dann, wenn ihr das, ja, da wo ihr das halt dann platziert, da hat es auch dann andere Eigenschaften. Und zwar, wenn ihr das einfach irgendwo platziert, das Ei, und dann mal Rechtsklick macht, dann seht ihr schon, da war jetzt so ein kleines Drachengesicht. Und wir sehen jetzt komische blaue Partikel. Blaue Partikel heißen eigentlich, dass es ein Wasserdrache wird. Okay, das hier ist jetzt ein Enderei um Wasser rum. Also hier ist Wasser. Und das heißt, es wird ein Enderdrache. Und ich bin mir noch nicht sicher, was die Partikel für eine normale Enderdrache sind. Aber, also ich habe es falsch erklärt. Das wird ein Enderdrache, das wird ein Wasserdrache und das wird ein Laverdrache, weil wir rote Partikel sehen. Man kann die auch irgendwie voll komisch rumschubsen, die Eier, während sie in ihrer, sagen wir mal, Bearbeitungsphase sind. Ja, und dann gibt es hier noch einen Drache. Also bei den drei Drachen ist es egal, auf welchen Layer man sie platziert. Hauptsache, sie sind in der Nähe, also die zwei in der Nähe von Lava und Wasser. Und ja, die hier oben, die haben andere, also der hier oben muss ganz weit oben sein. Wahrscheinlich über den Wolken oder so. Ich bin jetzt ganz knapp über den Wolken. 135 bin ich. Und ja, das wird dann der Äther oder der Himmeldrache, kann man sagen. Und hier sehen wir jetzt auch so blaue Partikel. Vielleicht hat er noch keine eigenen Partikel. Aber ja, und dann gibt es hier unten noch in den Höhlensystemen einen weiteren Drache, der auch richtig geil ist. Und das ist das hier. Also, habt ihr jetzt noch nicht gesehen, aber der wird noch. Und der hat auch so blaue Partikel. Also, wir warten es mal ab, oder wir warten es nicht ab, soll ich sagen. Es gibt nämlich einen Command, der das alles verschnellert, also die Wachstumsrotte. Denn bis hierzu wachsen die Eier, das kann schon mal so eine Stunde, ja, dauern, kann man sagen. Ich habe davor eine halbe Stunde oder so gewartet und das war mir noch nicht fertig. Also, wir gehen jetzt einfach mal ein. Mal schauen, ob es funktioniert. Dragon Major. Das sollte eigentlich machen, dass sie alle wachsen. Ja, sie sind gewachsen, ihr seht das. Und ja, also hier ist jetzt der Laberdrache, der Wasserdrache und der normale... Ähm, das sieht irgendwie nicht aus wie ein normaler Enderdrache. Ich habe da irgendwas falsch gelaufen. Mal schauen. Prüfen wir es mal nochmal. Okay. Was ist denn das jetzt für Partikel? Okay, ganz normal. Jetzt soll es gehen. Dragon Major. Okay, ich habe bei dem irgendwas falsch gemacht, bei dem. Das ist, glaube ich, jetzt der Himmeldrache geworden. Ich muss den noch weit oben platzieren, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die genauen Eigenschaften sind, damit es die jeweiligen Drachen werden. Auf jeden Fall, gehen wir jetzt mal zum, äh, wissenswerten Zeug. Also, diese Drachen hier. Also erstmal, wenn sie aus dem Eis... Ei... Aus dem Eis. Aus dem Ei geschlüpft sind, dann sind sie ganz kleine Babydrachen. Da gibt es auch einen Command dafür, damit die wieder klein werden, von groß zu klein. Oh, Mann, Alter, jetzt kriege ich aber schon langsam Angst hier. Und ja, dann sind es die kleinen Babydrachen und die wachsen dann von Zeit zu Zeit und es... Das dauert so lange, also... Bleibt nicht da stehen und wartet, bis die mal wachsen, sondern geht auf K und geht in Schule, während ihr euer Minecraft laufen lässt, weil das kann echt lange dauern. Gut, also man kann sie dann mit einem rohen Fisch, also passt auf, dass er einen rohen nimmt und keinen gebratenen oder so... Ähm, ja, braten. Ne, nicht braten, sondern breeden. Und ja. Das machen wir hier mal. Also der ist jetzt auch gebreedert, der Wasserdrache. Richtig süß, finde ich. Oh, ist das süß. Oh, er ist schon gebreedert. Kann man die eigentlich auch... Können die Babys machen? Na komm schon, mach Babys. Mach Babys. Ich glaube, es funktioniert nicht. Naja, auf jeden Fall seht ihr, da oben hat es auch schon hier... Ja, da ganz oben, wo halt normalerweise dann eine Drache steht. Am Ende, wenn man gegen ihn kämpft, steht jetzt Fire Dragon. Und man kann diese Drachen auch umbenennen an dieser Stelle. Möchte ich mal raushauen. Wenn ich jetzt mal so ein Buch nehme. Ich weiß nicht, mit einem normalen Buch, ob es da auch geht. Machen wir mal fertig. Ne. Ich weiß gar nicht. Wie kann ich die denn jetzt umbenennen? Bin mir gar nicht sicher, wie das geht. Irgendwie mit einem Buch kann man sie umbenennen. Aber wie genau? Ah. Einfach mit einem ganz normalen Buch rechtsklicken auf einen Drache und dann können wir ihn umbenennen. Zum Beispiel, das ist jetzt Swiper, keine Ahnung. Swiper, nicht Clown. Und ja, der kringelt schon seinen Schwanz richtig geil ein. Sexy. Ja, man kann denen auch Sattel geben, indem man einfach mit einem Sattel rechtsklicken macht. Ist ja logisch. Ja, jetzt geht er mal hier raus so. Bleibt nicht mal alles so zusammen. Können wir sehen ja mal aus. Gut, und dann seht ihr auch schon richtig sexy, wie der da rumgespannt ist, der Sattel. Ich soll jetzt mal aufhören hier. Mit meiner... Ja, wisst Bescheid. Gut, also die haben wir jetzt schon benannt hier. Die haben noch keinen Namen. Ja, und jetzt fliegen wir da hoch zu unserem anderen Drache und lassen die nicht im Stich. Also... Ja, man kann mit diesen Drachen natürlich auch fliegen. Das zeige ich euch gleich. Ich wende... Ich gehe die ganze Zeit vom Thema ab. Die ganze... Ne? Der schwebt hier auch schon rum. Ist der Wahnsinn. Was die alles können. Naja, ähm... Ja, und mit dem Knochen muss ich ihn auch noch erwähnen. Erwähnen kann man ihnen Befehle geben. Also man kann jetzt machen, dass er sitzt und dass er steht. Das ist Chill-Modus. Das ist Arbeits-Modus. Gut, jetzt Sattel drum und aufsteigen. Dafür muss ich kein Inventar, also nichts im Inventar-Slot haben, damit er dann auch fliegt. Wow. Okay, also ich mache jetzt gar nichts. Und er fliegt so rum. Richtig sexy. Oh, das ist geil. Das ist doch ein geiles Bild, oder? Oh yeah. Awesome. Gut, Bild gemacht. So, weiter geht's. Wir können jetzt weiterfliegen. Entweder mit der normalen Steuerung. SDRG, äh, nicht SDRG, W-A-S-D. Mit SDRG kann man runter. Sturzflug. Woo! Yeah. Und mit... Ja. Wie... Was geht noch? Leertaste nach oben. Ist ja logisch. Und ansonsten waren es eigentlich so ziemlich alle Steuerungen. Es gibt noch einen kleinen... Bonus. Und zwar kann man diese Drachen auch... mit einer... mit einer Karotte auf dem Stock steuern. Dafür soll ich den anderen Modus hertun. So. Ja. Wenn man nach oben zeigt, fliegt er nach... Mh... Hallo. Dragon. Fliegt nach oben. Okay. Also irgendwie... Ne. Also... So richtig gut ist es mit den Karotten auf dem Stock nicht so. Aber naja. Also das waren so ziemlich... alle Informationen über die Drachen. Mal schauen mal, was wir noch haben. Ähm... Gut. Ja. Holy. Holy moly. Wo ist mein Drachen? Drache, wo bist du? Ah, da bist du. Da bist du. Freundchen. Sieht aber ganz schön anders aus. Ähm... Okay. Ähm... Normalerweise sollte es so ein leuchtener Drache sein. What the heck? Was ist das denn jetzt? Folgt ihr mir oder was? Ähm... Naja. Prüben wir das mal nochmal hier. Dragon... Major. Na komm, leuchte doch. Kann doch nicht sein hier. Ich hab mal in dem... Also in dem... Hm... Ist es der jetzt vielleicht? Ne, ist der... Bin mir gar nicht sicher. In dem Video hat er mal voll geleuchtet. Wir testen es mal nochmal hier. Warte. Ich kenn mich grad gar nicht mehr aus. Sorry, Leute. Das Video wäre wahrscheinlich auch schon viel zu lang. Okay, jetzt. Immer noch nicht. In dem Video war das so ein leuchtender. Weiß nicht, was ich falsch mach. Ähm... Jo, gehen wir mal noch ein bisschen weiter runter vielleicht. Vielleicht ist das die Ursache. Oh ja, hier sieht's gut aus. Perfekt. Was will denn der hier? Na da, älter Drachen heißt er. Gut. Wissen wir eigentlich mal Bescheid. Dragon... Major... Ah, jetzt haben wir den Höhlen-Drachen oder... Auch genannt der Geist-Drache. Können wir mal hier... Breeden. Komm schon, lass dich breeden. Bro, breeden. Come on. Bro. Wollen wir nicht breeden oder was? Oh, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus, weil er ist an Höhlen. Ich hab wieder in Höhlen gebreedet. Oh, ich glaub, der ist am Stein, deswegen kann ich hier nicht... Ah, jetzt ist er gebreedet. Jetzt ist er meiner. Jetzt ist er ein Ghost-Drache. Oh, nein. Holy shit. Komm raus da! Bro! Bro, komm raus! Nein! Nein! Oh, komm schon. Und wir sehen jetzt auch, wie die sterben. Und zwar ganz normal wie ein normaler Ender-Drache. Das war jetzt wirklich schade, aber... Naja, das war ein ganz normaler Geist-Drache, der im Dunkeln leuchtet, was richtig geil ist. Hier haben wir noch die anderen Drachen. Hey, Bro. Der sieht richtig komisch aus. Ich glaub, das ist der Wasserdrache. Und ich glaub, die teleportieren sich auch zu einem hin, wie es jetzt ausgesehen hat. Aber naja, das waren jetzt so ziemlich alle Sachen, die man über diesen Mod erklären kann. Hier nochmal, wie man ihn umbenennt, den Drachen. Das geht mit einem Buch. Also mit einem Buch könnt ihr alle Drachen umbenennen. Und ja, das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Ja, und ich hab eigentlich alles gesagt, was es über den Mod zu sagen gibt. Also wenn euch der Mod gefallen hat, drückt da mal oder, ja, öffnet die Beschreibung und schaut da rein. Denn da ist ein Thread oder ein Link zu dem Thread. Und da könnt ihr den downloaden und mit Minecraft Forge oder mit dem Mod Loader in Minecraft installieren. Und den Minecraft Forge installiert ihr ganz einfach, indem ihr den einfach entpackt. RAW-Datei halt. Und dann die Files außer Paulsjorde oder irgend so einen Ordner halt in euer Minecraft-Chart reinhaut. Und das Paulsjorde oder wie der Ordner halt heißt, wie wisst du, was ich mein, öffnet ihr dann. Dann öffnet ihr Codes, also den Ordner Codes. Und dann das Zeug, was in Codes drin ist, tut ihr dann von da halt in die Minecraft-Chart. Weil in der Minecraft-Chart ist nochmal so ein Paulsjorde-Ordner drin und da tut ihr das auch wieder in Codes rein. Ja, das war jetzt schlecht erklärt. Ich weiß schon, ihr habt jetzt gar nichts verstanden. Naja, also das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf Gefällt mir. Ich hoffe, ich habe alle Informationen zu diesem Mod gesagt. Haut rein, Leute! Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Yo! Oh, yeah! Yeah, ich fliege. Ich kann es! Ich habe es geschafft! Ich kann eigentlich fliegen. Oh, ist das ein geiles Gefühl. Endlich ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Danke, Drache. Du hast mir diesen Wunsch... Du hast mir geholfen. Danke. Danke vielmals. Okay, kann ich jetzt wieder auf dir reiten? Kann ich jetzt wieder auf dir reiten? Bro, bro. Bitte, bitte lass mich... Oh, nein! Nein! Hilfe, Hilfe! Oh, scheiße. Ah, ich bin eher im Kreativmodus. Haha, nichts passiert.